Im Spiel findet ihr eine Geheimnachricht von Optimus Prime, geht dazu zu Rumble Ruins hin, betretet hier den Tempel, geht jetzt hier nach links, jetzt nach rechts, jetzt biegt ihr hier nochmal nach rechts ab, dann habt ihr hier ein Kristall, interagiert mit dem Kristall und schon könnt ihr die Nachricht anhören. Ich bin Optimus Prime. Hier eine Nachricht an meine Verbündeten. Es steht eine große Gefahr bevor. Die Kraft, die einst deiner Insel inne wohnte, ist verschwunden und gefährliche Feinde haben das erkannt. Du musst dem Unbekannten trotzen. Die Antworten, die du suchst, finden sich tief in der sternenlosen Leere, die dich herbrachte. Transformiert euch und kämpft!